Im Petersdom haben 21 Sternsinger aus verschiedenen Ländern mit Papst Franziskus den Neujahrsgottesdienst gefeiert. Sternsinger aus der Kemptner Pfarrei St. Lorenz waren ebenfalls mit dabei. Gekleidet in prächtige Gewänder kamen die Mädchen und Jungen Papst Franziskus ganz nah. Begleitet wurden sie auch vom Augsburger Bischof Bertram Meyer, der die Messe im Petersdom mitfeierte. Die Sternsinger aus Kempten waren außerdem mit der ehrenvollen Aufgabe betraut, bei der Gabenprozession das Brot zum Altar zu bringen. Ende des Jahres, am 29. Dezember 2023, ist das Bistum Augsburg dann Gastgeber der bundesweiten Eröffnung des Dreikönigsingens. Dann sind auch zahlreiche Sternsinger aus ganz Deutschland mit dabei.